Wie geht's? Seit Stunden warte ich darauf, dass sich der Rat meine Bitte anhört. Aber es sieht nicht gut aus. Moira scheint darauf versessen zu sein, den Rat lahmzulegen. Währenddessen leidet Loch Modan. Wir haben viele Feinde, aber nur wenige Ressourcen. Würdet ihr mich vielleicht anhören, mein Freund, wenn der Rat nicht dazu gewillt ist? Sprecht mit Grues Thorden, dem Greifenmeister von Eisenschmiede. Er hält sich im östlichen Teil der großen Schmiede auf. Er wird euch kostenlos zum Südtorpass fliegen lassen. Stellt euch nach eurer Ankunft Pilot Hammerfuß vor. Seid auf der Hut! Was geht euch durch den Kopf? Man sieht sie nicht. Was geht euch ab? Der Hut geht mir mit Ressourcen. Va jetzt zu der Ikkrete, den ihr Ingenatured noted. – Living Moin Untertitelung des ZDF, 2020 Redet mit mir! Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, neue Gesichter aus Eisenschmiede zu sehen. Vielleicht war es doch keine Verschwendung, Gebirgsjäger Gerstenbrei dorthin zu entsenden. Bleibt sauber!